Ich bin ja so froh, dass wir diesen Buggy dabei haben. Wozu geht's denn noch, Olli, ne? Runter zieht der dich mitten? Ah, Mama. Wir hätten das nicht geschafft ohne Buggy. Komm, unten im Teil, vorne. Jetzt kannst du wieder ein bisschen gehen. Jetzt wird's wieder ein bisschen leichter, ne? Aber wir hätten den Auto lassen können. Danke. Nein. Niemals. Wir hätten ihn nicht im Auto lassen können. Ja, guck mal. So kann ich dir deinen Rucksack ziehen, deine Jacke. Das ist mir sonst schwer auf dem Buchen gelassen. Ja, wir kommen ja.